Dankeschön für das Leid. Mir hat es dort einmal sehr bedankt, wenn ich das Leid hätte da. Den Wunsch, was der Schrieber da hat, dass die Kinder auch, wo die Kinder sind, durchgegangen als die Aller haben. Das ist nicht ein Eifer, das ist ein schwerer Ding, durchgegangen, um den Glauben zu streiten zu machen. Und was die Kinder, was wird einer? Was wird einer durchgegangen, was die Verfolgte haben? Markus Meir, was wird einer durchgegangen? Gott hat Kraft geäuert, das was wir in. Wir können von Norsen auch Dinge durchgegangen, weil wir nicht unter dem Stich gehen, sondern wir durchgegangen sind. Aber es ist schwierig, dass das Hauptmannsglauben stattfinden. Das ist ein Schrieg, das ist ein Schrieg, das ist ein Schrieg. Das ist ein Schrieg, das ist ein Schrieg. Wir können uns leben und das leben. Ich weiß nicht, wo wir hier gerade sind. Man sagt, man sei ein kleines Port von dem, was wir hier sind, von den Menschen. Aber wir haben viel von uns Haare noch ein Futter. Und das ist ein kleines Port von dem, was auch nicht mehr ein Futter hat. Vielleicht auch noch, oder vielleicht, vielleicht haben wir ein kleines Port von dem, was auch nicht mehr ein Futter hat. Denn ich lebe das. Und wir haben alle eine gehört. Weil wir nicht haben, ja. Wenn ich das an eine Message bringe, und ich kriege mit und denke, dann werde ich manchmal nicht ein Wort in der Saare reden. Wir finden es noch nicht in der Bibel von Father's Day. Es ist noch nicht, dass es uns so ist. Ich habe mir das nicht mal abgekriegt, weil ich wurde einmal angefangen. Also, das ist so ein Geheft-Hoff, aber Sondern ich weiß, dass ich vielleicht nicht kriege, wann ich kriege, wann er. Aber ich habe nie gehabt, dass ich nicht kriege, weil ich habe einen Möbel, aber Und da ist ein Ding, was vielleicht, was ich also toll, also wenn ich die Maske, unsere Welt war, dass ich mit dem, was ich celebrate, aber in Amerika, ich weiß nicht, wie ich noch wieder da war, oder was ich mit dem, was ich das kann, was ich tun kann. Wir finden, wir finden in der Bibel von Peter, in der Bibel, dass wir wissen, dass das ein important, important thing, ein Födersein. Und auch, die andere sieht vielleicht auch, wie wir denken dann an, ich weiß nicht, von Jund würde sagen, ich habe ein perfect Föder gehabt, except die Kinder, die würden sagen, die haben ein perfect Föder, aber auch nicht, und ich glaube, das ist mit aller Arbeit für alle, die machen auch fehlen, das sind auch Menschen. Und danach, ich glaube, das ist nur nicht ein Föder, was das nicht war, das war das Baste für die Kinder. Aber ich meine, das kann sein, und das sind sehr kalt sein. Aber ich glaube, das ist sehr fair, ja, ich glaube, das war das Baste für die Kinder, das war das Baste für die Kinder. Ich glaube, aqueles wieder waren. Also, ich sage roman, ich sage es wahrscheinlich besser, dass wir wollen wollen wollen, einmal mehr DuringTour werden. Wir verwenden eben Ich kann ein bisschen überlesen, hier hast du den Fahrstuhl und mit der selben Gedankensbahn wurde der Fahrstuhl auf dem Bulletin wir von einem gerauchten Führer, also im Mond wurde er rasch vorab geholt. Ich kann ja sein Geschenk, hier hast du die selben Gedankensbahn. Psalm 112. Psalm 111. 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 Psalm 121. Psalm 121. Psalm 121. Psalm 131. Psalm 141. Psalm 141. Psalm 141. Psalm 151. 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 Deshalb, the wicked shall perish. So, der Unterschied von, was es da von, in den Pfoten vorabgegangen wird, nicht? Und was von war es da? Hier sehen wir von, dass ein Mann, der feiert den Lord, das ist gebläst. Und die Generation, was er nun, und die Zelle auch gebläst ist. Und die von Wealth and Riches shall be in his house. Und dann, wenn wir vielleicht gut sind, dann denken wir, dass er dann rechts ist, und es war alles, was sie brücken, und Geld, und Geld, und ich glaube nicht, dass das, das, necessarily, meinte das. Sure, ich glaube, das, das, ihr mal, und, 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 er muss sagen, jo, Zander, was er abreichend ist, die haben wir, die haben wir planten. Aber die haben wir nicht so viel, die, die so, wenn sie das Geld tüpt haben, haben wir nicht so viel, wie sie am anderen, aber die haben wir planten. Die darf, die sind zufrieden, mit dem, was sie haben. Und, das war ein Grunde, ein Unterschied, wann die, wann die Fohre, wird wir fingen, an das, 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 die, was er vorab, kommen soll, im Hemel, und wenn die, erreich die attitude hat, wenn die, erreich die streven hat, dann, dann ist es immer, dass sie mit zufrieden hat. Das macht uns ein Unterschied, wann wir, zufrieden sind, dann haben wir, ich habe es feil, wie Harammeier. In der nächsten Frage, dass, zu der upright, da arises light, in der darkness. Er ist gracious, und voll, von, und Und ich denke, dass mein Vater nicht mehr so lehrt, weil er dann denkt, dass er ein Kind ist. Und ich denke, dass er ein Video von Smerzen sagte, dass John hat seinen Status aufgenommen. Und ich denke, dass er ein Kind ist, dass er ein Kind ist. Aber es war die Dinge, die sie getan haben, die uns unterschätzt hat, und was sie wollte haben. Und was sie getan haben, war sie, sie hat Leben zu ihrem Vater. Und wo viele, wo viele denken wir an und kennen, was sie getan haben. Das ist eine große Unterschiede, was wir können uns annehmen, was sie getan haben. Nicht von vielen Fällen, die wir mag haben, wir haben compassion. Weil, ich glaube viele, die Fälle, die können wir lernen. Und wir wissen, dass ihre Mose-Gone waren, und kennt, was zwei Kräte, dass wir manchmal vielleicht, dass wir sehr schuld haben, was sie haben, und ich denke, dass das kröken wird, wenn wir zwei Kräte. Ich glaube, dann gehe ich, ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe zu sein, oder, ich gehe, oder, ich gehe. Und das macht ein Unterschied, was wir als Vater etwas tun haben. Und die Kinder, da haben wir, aber wir lernen, und das sind Kinder. Und wenn wir uns der rechte Leib in uns haben, dann können wir die Kinder den Weg lernen. Und wenn wir einen Futter haben, dann haben wir einen Unterschied aus dem, was wir hier finden in der Bibel. Und dann sagt es hier auch noch, dort in Vers 6, Surely he shall not be moved forever. The righteous shall be an everlasting remembrance. He shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. Und so viel, so viel, dass die, ich meine, die Futter, die in der Rechte ist, dann ist die sofort entschützt. Und dann sagt es, dass die Kinder dann wirklich, wenn sie wirklich, wenn sie die Futter ist, dann wissen sie, dass die Futter wird, dann passiert. Und dann ist es so viel, und ich weiß nicht, wenn sie die Futter kommt, vielleicht mag man auch anheimlich feilen, wenn man denkt, was da sind. Aber für die, für die, für die sake of die Familie, dann, 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 äh, ist die haltig force an, 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 an Gott vorzuholen. Und dann bin ich, dass in Gott vorzuholen, nicht in Gott vorzuholen, nicht in Gott vorzuholen, das sind noch Dinge, die dem auch können schädeln und, und der, und das das ganze Heim, kann sich ansagen, wenn ich nicht verfelle. So his heart is established, he shall not be afraid until he sees his desires upon the enemies. And he hath dispersed, he hath given to the poor, his righteousness endures forever, his horn will be exalted. And that's what I asked for the righteous man. But I said, lots of hardensighted the wicked shall see it and be grieved. He shall gnash with his teeth and shall melt away, and the desire of the wicked shall perish. So that is, the son of God that they have got floated at, they hath nishtumbu on a falsehold. And that that forgetlose, that they perish. And I think we are there with your mother say, we take it. And I can't say that we are done for that we have an upper track and we have what we have. But, as I said, it wasn't perfect for us, but we have an upper track and we have an upper track. I can't get it, but the more we can get it. Ich weiß nicht, ob ich es nicht weiß, ob ich es nicht weiß. Aber dann, es ist ein paar Dinge, die ich persönlich denke, dass ich nicht die besten Dinge, die ich kreide, dass ich nicht diese Körner sagen würde. Aber es hat uns zu tun, mit dem Fohr, hat es etwas gelehrt. oder ja, wenn ich das einfach ein Ding finde ich das ein Ding das muss was 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 wir finden auch verschiedene verschiedene Examples in den Biblischen von was they they did wenn wir denken an Abraham Und wenn ich diese Geschichte leise, dann wird Abraham von einem besonderen Mann, als er was mit diesen Dingen wird, was er durchgekommen ist. Dann wird er, Gott ruft ihm, er soll aus seinem Land rüttragen, und weil wir das erste Ende haben, dass er seinen Vater taubt, dass er die Rüttwacht ging, von dem Land, wo er abgewassen wird. Und er wird ihm sterft, seinen Vater, und dann wird er ihn noch wieder wegtragen. Er wird bloß, er machte eine Stelle oder andere, und er hat keine Kenien, er wird er ziemlich nachvoll, dass er alle, was er Kenien hat, und er wird sein Haus, seine Arbäder, ich weiß nicht, was er in Sklovia war, er lerde er, er ging so ab, er verrappte sein Vater, und Gott sagt das. Er hat einen Verabgängst aus seinem Vater. In Genesis 18, da war er Gott, und er hat es gekommen, und er sagt, dass er Gott in den Gomorrah war, und er sei ihm war er, was er da ist. und es ist mir interessant was ersternt, was er wieder geht, und Abraham mit Antrieb geht, dann in verse 19 verse 18 in Genesis 18, verse 18 saying that Abraham shall surely become a great and mighty verse 17 and the Lord said, shall I hide from Abraham that thing which I do seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation and all the nation of the earth shall be blessed in him not for I know that he will command his children and his household after him and they shall keep the way of the Lord and to do justice and judgment that the Lord may bring upon Abraham that which he has spoken of him so here says God that that he cannot say Abraham the word the word his house the his family what he dot dot say the word the word the word the word the word that they dot and that God and that say what he fair have to done and then and then and then and then and then God and so mit ein paar Schale konntet sein, wenn er 12 Jahre alt war, ich weiß auch nicht. Das war er erst so ein Finger dauer, aber mit dem Taub geht er dauernd und er hat drei Tage gereiselt, weil er das so will er ihm abruhieren. Er hat das Zeit, was Gott sah er dauernd und Gott hat gesagt, dass Isaac, dass er seine Nullkommenschaft, was er noch gegründet worden, durch Isaac. Wir werden nicht nur mit dem Gehäupte verlett, sondern wir werden nicht nur mit dem Gehäupte, sondern wir werden nicht nur mit Gehäupte, sondern wir werden nicht nur mit dem Gehäupte geholfen. Ich habe hier abgeschrieben, was sie da verteilt haben. Ich dachte mir, dass sie mit dem Maier verteilt ist, was hier abgeschrieben ist. Wenn sie da aufgehauen... Isaac, was dem Maier muss sein, hat sie abgedeilt. Dort wurde alle gebrochen. Und hier auch, was sich... Gute da und ab einmal dann... dann riebt Isaac seine Futter. Und er ist kurz rein zum Antworten, was fehlt oder was. Hier sehe ich, was er fehlt. Dann sagt er, ich habe hier halt. Ich habe hier viel. Ruhe aus dem Land zum Opferen. Und alles wurde abgeschrieben hier, dass... Wie sagt er? They work together. Ich sage euch, dass sie bis gingen ab und boitern ab. Ich glaube, dass wir walk together... Wir hatten sehr, 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 sehr meine Meinung. Ich glaube, sie waren gerade von gereden. Von verschiedenen Dingen. Und ich glaube, dass... Ich glaube, dass... Ich glaube, dass... Ich glaube, dass... Abraham hat mit Isaac geredet. Von verschiedenen Dingen. Aber... Dann hat er... Weil wir fingen hier auch... Was sagt er? God will provide, nicht? Das ist was er sagt. Und wenn man gewusst... Und denkt er, und er hat bloß... Wurd gesagt, dann weiß ich nicht mehr, was... Was ist der Jung, der zufrieden gewesen? Weil er ist nicht... Wurd, ich weiß nicht, was er nicht, weil ich auf viel Fragen gehad. Aber sie hatte... Die hatte communication. Die verstanden sich. Und ich habe mir gedacht, dass... Was er durch alle Reithoren... Den Alter hatte er gebetet. Und das halten abgelicht. und er nahm Abraham sein Sein und das legt ihm, dass er ihm tot bin und legt ihm das auch noch nach. Ich meine, das war für Abraham, das sei ein schwore Ding, das war, zum Donnerstall nicht mehr so viel. Und das meine, das immer so interessant ist, wie Isaac für uns die Leute wir haben. Ich finde nicht, dass Isaac wäre, die. So, ich glaube, mit der Verwentschaftsverschung Abraham und Isaac, die waren sehr dicht und taubten waren. Isaac war die Leben, die Abraham hatte. Und er hat gesagt, dass er die Leute, die Leute, die Leute passiert. Aber das war auch dann, wie wir sagen, dass er und sehen die Masse an, dass er was, was er nicht will, sondern erlaubt Gott. Ich glaube, dass Abraham wieder ein Fortschritt hat. Er hat nicht gesagt, dass er was Gott will. Er hat gesagt, dass er so geht. Er hat nicht gesagt, dass er noch ein paar Tage geht. oder eben noch nicht mal in zwei Tagen, wo es eigentlich aus der Stadt immer noch gut ohne sei, dann fängt er bis er den nächsten Tag zum Morgen an und fuhre. Und hier wird er kurz rein und sagt der Engel, er soll nicht staunen. So, ich glaube, da war ein sehr fannes Bild, dass wir uns Väter, oder eben everybody, über Reizan zum Hörchen, kurz von Gott röpe das, von vielen Dingen, viel mehr Sehnen kommen, wenn wir das tun. So, da wird er und schub da in der Kase oder einmal da in Barschberg. So, nochmal dort, dann können die Jungen in die Futter weiter drehen gehen. Wenn er ein bisschen was dann verteilt hat, den Träger aufgehauen, er ist ein bisschen an der Stelle gewesen, was er bestützt, ich weiß nicht, was er finde ich, was er hat, was er hat, was er ging über den Träger auf, da haben wir eine andere Arbeit an, wo er es in den Häusch ist. Beklärt er, was er hat eine impression gegevt, für die ewige Pfad vom Leben, für Isaac, was er da beleidigt hat. So, wir sagen mal, in Wirtfall, das Bild von dort, wo Abraham aus dem Futter seine, seine Haushholt hat, das Liederdein, da wurde er erreicht, wie er, das können wir sein, er hat es gedoen. Ein Beispiel, was wir fingen da noch von, von Joe, ein Futter, der fingen wir, der hat, er, äh, sieben Jungen und drei Märkens, hat er, er wird ein sehr Rekker Mann, aber wir fingen er wieder ein, ein Abrecher. Und, besonders an denken dann, dass er, dass er, dass er uns in die Kinder denken hat, weil er, fingen wir das, weil er ein Töp, ein Fas, ein Töpkom, das hat er gehört, dann, den nächsten Tag, dann, dann, äh, dann, äh, da hat Job Apfer, er, äh, nicht Apfer wird sein, aber er hat Bede für die Kinder, dass er, dass er, er würde, er würde, ich meine, hoffentlich nicht, er hat Gott aufgesagt, nicht? Er hat, er hat, er hat, für die Kinder, anstoßen. Und in Job 1, verse 5, dass er, Und es war so, when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them and rose up early in the morning and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, It may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. And on the last of the inquiries, thus did Job continually. So he will be on hold of my thought, that he for the, for the, you can't get all the better day. And we'll make some of that in your shade. Yeah, we have no, no, Maya, for seeing the beach ball, when we think on, on Cornelius. He died, uh, up to God's bed. And the new thing was, uh, was, uh, Peter is coming to die. They had all of their took to cry. Not just in the family, they had a ram on a friend to cry. And, uh, and, uh, and, uh, uh, finger today, that they all have a kid today. And then what, Peter? I believe it's like we have an Cornelius scene for a day, not? He died, water, and God believed it. He died, and he died, he died, that he had a dream and that he knew how Peter would come. und haben wir reiht mit Sinn gedauern. Das finden wir so viel so viel blessings wird da sein. Und manchmal ist es vielleicht, falls ich gesagt habe, da ist ein Anstrengungsbruch dort, zum Abreich geblieben, zum Aller Reicht zu schaufen da. Aber das Wort wird sein. Und wenn man kann denken da, an an Bad Siede, wir als Väter, das Wort, das Wort, das Wort, das Worten Lohnzahn, weil wir anstrengend waren, wir waren anstrengend waren, das Worten Lohnzahn, aber das ist auch nicht worden, das Seine. Und hier wird gerne aufheil, aber wenn die Ewigkeit wird es ein Lohnzahn, und für die andere Siede, wenn wir denken, an unsere Väter, was die Gäden, was die Däuner, was die Däuner, dort, das Worten, das Worten, wird er Däuner, für uns. Es sind viele Dinge, was die Däuner, was wir nicht angeworden sind, und was wir nicht anworden. Siede sind viele Dinge, was sie tun. Und dann sind da manchmal Dinge, wo da vielleicht schwander sind, Siede sind, Siede sind die Däuner, die sind sehr schein, das sind sehr, wo die andere Dinge, die sind schwander in der Antwort, wo die Däuner handelt. Und denke dann an das, das Einge hier von dem Paradical Sahn, das ein Väter, was er zwei Sehens hat, und wo die Einzehn bei ihm will sehen, nu will er ein Sehensport von seinem Geld haben, und dann wird alle nehmen, und ging weg, ging plus führt. Ich weiß nicht, ich kann nicht, niemand ist nicht so beleid, aber ich weiß, dass sonst eine Mensch würde haben, und ich denke mal, wie das ein schwanger Ding ist, und ich weiß nicht, ich kann nicht nicht, wie das hier sein, aber das sind, das hier sein. Als ich das bringe, ich kann nicht so beleid, dass das ein Sehensport war, aber ich kann nicht so beleid, dass das Euch nicht so beleid, dass das Einzelnen war. Das ist das, Und ich kann nicht so denken, dass das jetzt ist, dass das auch so ist, das auch damals war, was auch ein Rebellion Speer. hat. Und diese hat, diese jenke ist wahr. Er lebt sie in das Leben. Und ich schaue sie weiter zu spüren, was er immer gedacht, wo sie jung waren, was er einträchtig gebet hat. Einmal, wir haben ihn eing, wir haben ihn mit sich selbst, und wir dachten, in die Haus zu kommen. So, wo ich es dann kann sein, dass die Futter half der Ehemulde und gedacht hat, sehr viel als wenn sie jung in die Haus kommt, und die sagt, hier ist es noch weit oft gewaast, dann hat die Futter all die Seine. So, ich guess, der wird, ich würde vielleicht mal, wir können sagen, er hat Flussgutschreik dann abgekickt, noch angekickt, aber ich glaube nicht. Ich glaube, er hat das in seinen Gedanken verband. er hat das klub, er hat extra eingekickt, so wie er in den Gedanken hat. Und er sagt, dass die, noch weit auf ist, und jeder hat ihn mitgekommen, die schauen, dass der jungen ganz dazus ist. Ja, er hat ihn mitgekommen, und er hat den der Fußan Nahmen aus dem Jung. Als sie ihn sehen. Er hat das in der Sache gewaust, er hat ihn heute noch einen Fußan. er bewältigt er will nicht sein wieder kann er sein er will sich ein Arbeiter sein aber er fuhre noch mit ihm an aus dem Sehen und er hat das Leib für dem die andere der Bruder, der will ihm nicht trägt, dem wird nicht gesagt, der Futter hat ihm so getreatet aber der Futter ging eben nur noch dem Sehen er hat, der Leib zu dem auch so dort sind wir so noch als eine Leib was nicht unterschossen ist von Gott kommen kann wenn wir nicht Gott das Leib hat dann würden wir nicht gerne Leib bewiesen der Leib wird wir den Nächsten bewiesen oder was wir den Nächsten haben er kämpft von Gott ohne Gott sind die Leib kann wir da nicht so das ist ein Weg wo wir gerne der Leib wird Gott an uns haben würde ich gerne wieder wieder regeln so wir haben wir haben die Abgehung das fingen wir in Mayamon in verschiedenen Städten dass wir Abgehung haben zum verabgehen in Proverbs 22 6 von train up a child and the way he should go and when he is old he will not depart from it and 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 Zaya and like Zaya and Zaya weidt von Abgehung und so Zaya deep think an Farge was wir kennen leid da nicht und das ist ein und impression ge von ganz bit aus und 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 dink wenn wir denken dann, wie wir vielleicht sehr vorkommen, wenn wir uns vor der Allerwürde mit die Tane und dann auf einmal die Kinder mit Tane leren, dann würden wir vielleicht irgendwann zu denken, denn wir wissen nicht, warum es immer das ganze Zeit wiederum geht. Und es macht uns ein sehr viel specialized was wenn die Kinder leren. Was wir... was wir... was wir... was wir... was wir... eine Menschen die sich selbst an der Kinder. Aber wir würden nur ganz wollen, wenn die Kinder sprach uns hier, dann... Und die verschiedene Dinge dauernd. Die Kampflugwögen dauernd, die Kampflugwögen kommt, dass wir die Anse fehlern in die Kinder sein können. Weil die Kinder dauernd. Dass das alles mit so einer Dinge ist, wie auch ein Ansichtbarer ist, nicht? Ein, muss wir die Goudeside auch leren, die Kinder. Die Schlagzeidee in die Waage zu nehmen, das Waage zu leren und uns erst fragen dann, ob wir die Kinder können die Goudelie Dinge leeren. Dann waren die Lehre, das sagt, nicht oft, wenn sie sich old sind. He will not depart from it. When he is old, he will not depart from it. In denken das schlagt, die Geschicht von Eilie und seine jungen finden, woher das nicht leeren. und ich weiß nicht was ich was denken dann an Eilig, was er von Leben hat als er, ich kenne ja gleich was er, was er der, die jongens ich lebe nicht was er, aber er sagte, die jongens er, was er nicht gerecht wird und er hat nichts mehr und was von der Strophe das war mit wir, was von der Strophe Eilig in das ganze Haushalt, was er da mit Kriegen hatte, so ist es das Gegenteil, was wir von der anderen Geschichte finden hatte, nicht von Abraham und von Job und Cornelius, und hier eigentlich, er hat nicht es ein paar und die Strophe, was Gott auf den Schakke hatte, das ist ein Wicht, was wir die leidert an die Kinga in Ephesians 6 verse 4 was er So das ist ein wichtiges Ding. 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 So. So das ist ein wichtiges Ding. 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 So das ist ein wichtiges Ding.